Hallo und herzlich willkommen bei Jeki. Mit unseren Sprachduschen bieten wir dir eine besonders entspannte und effektive Form des Sprachenlernen. Bei Jeki lernst du nicht einzelne Wörter und setzt diese dann mittels Grammatik zu Sätzen zusammen, sondern du tauchst von Anfang an in die Sprache ein. So lernst du eine Sprache ganz nebenbei, wie bei einem Auslandsaufenthalt. Ich beschreibe dir jetzt, wie das Sprachenlernen bei Jeki funktioniert. Zu Beginn der Lektion hörst du fremdsprachige Begriffe mit deutscher Übersetzung. Das klingt dann so. Sprechen Durch das rhythmische Sprechen und die ruhige Musik gelangst du in einen besonders aufnahmebereiten Zustand. So kannst du dir die Vokabeln viel einfacher merken. Dann folgt eine Geschichte, die die Vokabeln aufgreift. Und du wirst überrascht sein, wie viel du schon verstehst. Wenn du jetzt denkst, das war ja einfach, dann hör direkt mal in eine unserer Sprachduschen rein. Dort ist der Dialog deutlich länger und du wirst überrascht sein, wie viel du schon beim ersten Hören verstehst. Und am Ende der Lektion kommt das, was wir alle wollen, uns aber oft nicht trauen. Die Fremdsprache sprechen. Mit unseren Sätzen zum Nachsprechen kannst du ganz in Ruhe deine Aussprache üben. Ach und noch ein letzter wichtiger Punkt. Mit unserer Jeki App hast du unsere Sprachduschen immer dabei und kannst die Lektionen jederzeit anhören. Auch offline, ganz gemütlich auf einer Parkbank in der Sonne, beim Kochen, beim Aufräumen, im Auto oder beim Sport. Worauf wartest du also noch? Melde dich jetzt kostenlos an und hol dir dein Sprachduschenerlebnis nach Hause.